Musik Hallöchen, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Newcomer-TV-Folge bei Rhein-Main-TV, dem Musikmagazin für Newcomer-Bands, Underground-Gruppen und überhaupt Bands, die morgen Furore machen werden auf der ganzen Welt, da sind wir uns ganz sicher. Und vor allen Dingen hier aus dem neuen Studio, wo einfach alle Fäden zusammenlaufen. Ich freue mich sehr, euch am Bildschirm begrüßen zu dürfen. Hallo! Und wieder wenden wir unseren Blick zurück. 2016, Oktober, Best of Mainova. In der letzten Folge haben wir euch schon von 6 Bands 2 vorgestellt. In dieser Folge sind wieder 2 Bands dran. Großartige Gruppen, alle aus dem Rhein-Main-Delta sozusagen. Hier, wo die Musik pulsiert und wo das Unmögliche möglich wird. Ich möchte euch eine Band vorstellen, die aus Frankfurt kommt. Metal macht im weitesten Sinne Sindustry. Die Jungs machen 90er-Metal, ganz modern und mit eigener Handschrift. Und haben letztens ein Album rausgebracht, ich glaube 2016 war das. Ich weiß es nicht ganz genau, ich habe es auf jeden Fall gehört bei meinen Nachbarn. Weil die Wände haben gewackelt, als er das Ding in seinen CD-Player eingelegt hat. Hier jetzt für euch Sindustry live von Best of Mainova aus der Batschkab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020